Es gibt sechs Wochen voller Sommerferientage, bis die Schule beginnt und es ernst wird Und so stellt sich wie jedes Jahr wieder die Frage, was tun, dass es ein toller Spaß wird Wir könnten ins Weltall fliegen und Mumien erschrecken, den Eiffelturm hinauf spazieren Was Neues entdecken, dass es gar nicht gibt, nen Affengut einschampunieren Wellen reiten gehen, mit Strom und Licht tankieren und Frankensteins Hirn operieren Es ist hier, auf Bergen Vögeln sehen, ein ganzes Land einmal die Schwester mit Bart aus der Vier Phineas! So wie ihr seht, gibt's ne Menge zu tun, bis dann die Schule weitergeht Komm mit Harry! Drum schaut gut zu, denn Phineas und Fer, die zeigen euch wie's geht Drum schaut gut zu, denn Phineas und Fer, die zeigen euch wie's geht Mom! Phineas und Fer basteln an einem Vorspann!